Hallo und herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Okay, Erkundungstour geht weiter. Wo war ich jetzt langgegangen? War ich hier langgegangen? Ne, ich bin da langgegangen. Ich hoffe, es wäre jetzt neben den Aluminium und... Was war das? Ähm... Dingens. War hier jetzt was drin? Oh, halt, halt, halt. Ja, hier war was drin. Ein Loch. In die nächste Höhle. Das ist ein Generator. Das ist ein funktionierender Generator. Wow. Okay, können wir das so machen? Das ist nicht steil genug. Das schon eher. So. Kriegen wir das hin? Nein. Verstandet. Ein großer Generator? Oh mein Gott. Das ist so cool. Und drehen. Wupsi, nix passiert. Na doch. Ein bisschen was passiert. So. So. Kurz, äh... Leitung verlegen. So. So. Schön, vorsichtig, bitte. Ich will niemanden umbringen. So. Ein mittelgroßer Generator. Kohlenstoff. Du bist kaputt. Aber der Generator, der läuft. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Wenn wir jetzt mal richtig schnell viel Power brauchen, hätten wir da was im Angebot. Weil von denen, da ist noch mal Aluminium. Geht sonst noch irgendwas? Noch mehr Wracks ganz viel da hinten? Auf jeden Fall noch irgendetwas. Hm. Gut, bringen wir erst mal das Ding nach Haus, beziehungsweise... Wollen wir mal ganz kurz hier liegen. Da vorne ist Forschung. Die hätte ich noch gerne mitgenommen. Was sehe ich hier? Noch mehr Forschung. Noch mehr Forschung. Läuft. Und echt viel von dem Zeugs. Sauerstoff. Wie praktisch. Gut, dann kann ich... Du bist kaputt. Schade, dass du kaputt bist. Da hinten ist wieder Zink. Das ist auch Zink. Schade, schade, schade. So, nicht den Weg verlieren, das wäre schlecht. Da ist noch mehr Quarz. Okay. Jetzt verlau ich mich gerade. Das ist nicht so gut. Nicht lecken, bitte. Wo kam ich her? Oh, oh. Komm so von... Da so. Also dunkel. Hier. Winch. Oh, hier geht's noch tiefer. Cool. So. Bringen wir erstmal den Generator in Sicherheit. Upa. So. Oh, coole Sache. Man kann auch, glaube ich, immer noch ganze Plattformen finden, die heile sind. In diese Richtung. Ja. Aber die ist natürlich immer schwierig zu transportieren, weil die großen Plattformen schwer sind und man dementsprechend langsam unterwegs ist. der Generator geht noch aus dem Lohnsicher wohl voll. Uh, yeah. Geht schon so weit mit meinem Dance? Ähm... Wen wollte ich? den Anhänger vom... Egal. Nice soon. Als nächstes will ich dann auch... Kann ich den ersten Anhänger nehmen? Vom Rover? Wo wir... Ich glaube nicht so einfach. The Boogie. The Rover. Das kostet 3000. Da könnt ihr ein bisschen sparen. So, wir haben einen Generator am Start. Ist das nicht toll? Wenn ich ihn einfach anschläge, in die Museen, wo draufsetzt, dann kann ich den heißen, wa? Shit. Na gut. Na gut. Dafür kann ich das Ding ja hier erstmal da hinstellen und anschließen. Du kommst da hin, ihr kommt. Nö. Reicht so, oder? Ja. Perfekt. So. Da kommt jetzt Kohlenstoff drauf und dann wird ganz toll Energie gemacht. Und dann brauchen wir keine Energie, weil wir nichts haben. Wir haben auch keine Forschung mehr. Die müssen wir suchen. Aber erstmal einen kleinen Moment. So. In Aufnahmesession kann ich schon mal eine Pinkelpause nötig sein zwischen euch. Ist super laut. Okay. Gut. Das darf auch erstmal gelagert werden. Mhm. So. Mhm. Mhm. So. Mhm. Mhm. So. 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 Glas bleibt da. Und mehr habe ich nicht. Gut. 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 Dann machen wir direkt weiter, weil es da unten gerade so spannend ist. Äh, hab ich noch Gemisch? Lemisch? 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 Nee. Habe ich genug zum Drucken? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm. Keine Erde mehr. Ähm. Kommt da noch irgendwas raus wenigstens? Ähm. Komisch. Hm. Das reicht nicht. Dann. Gämmisch. Dann. Das ist zu wenig. Die Finger hier nicht von lassen. Tut mir leid. Au. Kann man noch ein bisschen, äh. Rudeln. Decke ein bisschen höher machen. So. Muss reichen. Muss reichen. Südeli. Wo war ich beim Harskis? Drei Stück. Wunderbar. Reicht mir. Genug Strom ist da. Oder auch nicht. Gerade hat's noch gut gewindet. Und jetzt nicht mehr. Na gut. Nehmen wir den. Komm schon, Wind. Du kannst es schaffen. Äh. Sauerstofffilter. Verbrauchst. Gut. Könnte mal auch ein Ding jetzt bauen. Ein, ähm. Arbeitslicht. Was kostest du? Kupfer. Kann ich nicht. Okay. Hm. Okay. Gut. Äh. Nehm ich. Ich nehm. Eins lass ich hier. Beinehm ich mit für die Verbindung. Okay. So. Slide. 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 Langsam. Darum geht das eigentlich nicht. Mal grad sagen. Das muss... So. Wo war ich lang? Äh. Hier lang. Runta. Runta. Wiii. Langsam. 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 Stehen bleiben. Danke. Nicht übertreiben. Kann nämlich sich hier ganz, ganz schnell in den Tod stürzen. Geht schneller als ein Liebesmann. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Hier geht's noch tiefer. Langsam. Du bist kaputt, aber du funktionierst. Okay. Mhm. Da irgendwo hin? Nein. Hier aber irgendwie schon. Oh je. Oh oh. Ich hab grad nichts dabei. Okay. Oh. Uff. Das war richtig knapp. Okay. Ähm. So. Brücke. Oh. So. Mhm. Okay. Dann kann sich ja wunderbar unterbauen. So. Oh. Aha. Wups. nix passiert. Wir einpflanzen. Wir scannen. So. Gut. Mehr Quarz. Mehr Forschung. Aha, aha. Noch tiefer. Wow, okay. Ich bin interessiert. Ich bin sehr interessiert. Schätze, ich will Schätze. Langsam. Dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt, großartig. Die eventuell lustige Pizza-Pflanzen. Da sehe ich wahrscheinlich Forschung. Okay. Aha. Aha. Pink. Pink. Ganz viel Aluminium. Und einiges an Forschung. Ich sehe gerade nicht viel. Okay. Ein paar habe ich noch. So. Hm. Was ist das? Willst du nicht wissen? Du bist. Oder? Was ist diese Form? Ja, noch. Oder? Ein Gemisch. Okay. Hier unten. Ja, gut. Und eine Forschung. Sehr schön. Die stellen wir mal bereit. Für den Rückweg. Was ist eine Landschaft hier, ey. Cool. Hat sich, wie gesagt, sehr viel geändert. Da sind die Pizza-Pflanzen. Die muss ja irgendwie... Die sind gefährlich. Die tun piksen. Ganz gewaltig piksen. Die beschützen meistens irgendwas Interessantes. Oh oh. Oh oh. Alles gut. Keiner ist zu Schaden gekommen. Denke ich. Okay. Mehr Giftspucker. Der in mich nicht rankommt. Soll mir recht sein. Denn. Hier anscheinend nicht. Hm. Ach so. Nein. Mein Rückweg nicht vergessen. Oh. Warum? Ups. Nein. Du bist nur jetzt abgefallen. Keine Ahnung. Ach da. Von der Wand, oder? Nee. Das ist anders aus. Guten Tag. Hallo. Hm. Ich habe keine Dinger mehr. Doch. care. Okay. 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 Ich habe keine Dinger mehr. Okay. Ich brauche den Braten nicht. Was bist du? Du bist ein Prazerit. Keine Dinger mehr? Okay. Noch tiefer, wow. Na komm. Nun denn, habe ich eh gerade keine Verbindungen mehr. Das geklappte Ding. Naja, den kann er gern bleiben, wo es ist. Und ich bleibe hier. Gemisch lasse ich mir nicht entgehen. Da ist noch mehr. Bochum. Die leuchten so witzig in der Dunkelheit. So. Meine Güte. Gleich im nächsten Gemisch für die drei Jahre fertig. Ich würde schon gerne ein bisschen erkunden. Können wir auch noch machen, weil wir haben ja ein paar Verbindungen bauen. So. So. Voila. Das da ist Zink. Ja. Das da hinten ist Harz. Dann haben wir da ganz viel Latrit. Ganz, ganz viel. Wow. Da ist auszwischen. Das ist glaube ich, der Zink. Ähm. Ich will es mir trotzdem angucken. Oh oh. Sicht. Abgründe. Ab. Hm. Das ist nur Zink. So ein Mist. Wow. Oh. Hm. Ich will in diese Richtung. Und wer hat's mitgekommen. Oh. Ja. Das ist sie. Oh. 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 ganz viel forschung also kann ich wieder was schönes einkaufen ich würde wirklich gerne einen kupfer finden langsam wirklich gerne ja so viele andere schon gefunden hallo so viel alu 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 und forschung 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 okay die pilze verwirren mich halt weil malachie halt auch grün ist auch nur aluminium und zink oh 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 oder okay wir sind nicht verloren alles wird gut ich will hier nicht ohne kupfer rausgehen ich will hier nicht ohne kupfer rausgehen oder 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 Eisen oder so aber ich glaube aber warte mal warte mal warte mal gummi da hinten da hinten da hinten Harz so da ist nochmal da ist nochmal Dingens Harz weiß ich auch nur ja sinki sink kann ich hier runter um zu sterben da ist Harz gemisch 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 da ist so 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 hier gibt es echt alles alles was ich nicht brauche Mist verdammter ja ach Gottchen aber so viel und so schön es ist so schön ehrlich hm so 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 oh ok gehen wir mal hier lang so viel Quarz und Forschung äh hm hm äh so äh hm 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 keine Verbindungen mehr nur mal gucken hm hm nix gibt es hier nix hm 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 mal gucken ob wir noch andere weiter hierher bekommen wobei die Handelsplattform warte mal hoppala nicht mal Getränke werfen die Handelsplattform ist die hier hier krimi labor sphärenkondensator nein Handelsplattform da dafür bräuchte aber sowohl Eisen als auch Wolfram ähm das ist problematisch hm gummi aluminium legion hier warte mal ah chemielabor sphärenkondensator chemielabor das kann ich auch nicht herstellen Mist hm ah gemisch kann ja ein bisschen mitnehmen wenn ich möchte hm 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 ich will ja noch irgendwo eine andere Höhle du musst nur mit dem Traktor durch die Gegend fahren das ist bestimmt nicht lustig so noch eins kann ich machen ok dann erstmal ab nach Hause das glitzert so schön hier ach ich schande ein kupfer ein eisen er wollte ich weiß nicht ob es eisen hier überhaupt gibt das nämlich leider auch neu dass man jetzt hier denn auf lockt wird durch planetenreisen man muss nämlich also also einweg kapseln sei es mal bauen und dann damit reisen gehen aber es ist ein bisschen umständlich wenn man es dann vergisst die rückreise wieder hat also für die rückreise sind kapsel mitzunehmen dann ist man nämlich ganz schön in den popo ihr wisst deswegen mag ich nämlich eigentlich in ganz und gar nicht aber ja müssen wir gucken müssen also machen und hoffen dass wir einen anständigen planet in der nähe haben der das beinhaltet vorsicht auch kein scheiß oh 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 knapp so Ich komme hier hoch. Ja. Sehr schön. Komm hier hoch. Geht das zurück? Jawohl. Oh gut, noch ganz schön. Kann ich dich erforschen? Yo. So. Gleich geschafft. Meine Güte. Und wir haben nichts, eigentlich so wie nichts mitgebracht. Wir haben Gemisch mitgebracht. Wow. Nicht so cool. Und wir haben jetzt den Traktor ein bisschen mit den Anhängern ausstatten. Na? Danke. Gut. Gut. Anhänger. Ähm. Verbrauchte ich. Was warst du? Mittlerer Schredder. Schredder bauen. Ach nee, Eisen mal dafür. Äh. 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 Gemisch und Alu-Alu. Okay. Da. Das war zwei Anhänger. Drucker. Du bist hier angeschlossen. Bist du auch? Äh. Da habe ich schon mal den Traktor, der das Ding dann andockt. Okay. Supi, dem Ding muss ich ja noch irgendwie rum verpassen. Eine so eine Stromform und eine so eine Stromform. Auf die Nase damit. Zack. Zack. Und direkt schicken wir nach vorne fahren. Den nächsten drucken lassen. Weg. Nur aber. Boom. Und dann noch mehr Aufsätze. Zwei Aufsätze. Äh. Ein Aufsatz pro Anhänger. Und dann ist die Welt ganz wunderschön. Weil das darf gerne draufbleiben. Das geht runter und. So. Auspacken. Anstöpseln. So weit weg. So weit weg. Uppala. Kommt besser. Ein Zug. Tschu tschu. Tschaka 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 tschaka. Weitere Energie auch Energie? Wahrscheinlich nicht. Ne. So. Mittelgroßes Lager. Hearts. Hearts. Go. Haben wir noch Hearts am Start? Nö. Dann will ich, glaube ich, noch ein Ding ins Bauen. Einem Abteil. So, du bist Schrott. Geht kurz entleeren. Dann bauen wir Hearts. Und geben, glaube ich, dem Ding jetzt mal einen Kickstart. Nice. Prost, Freunde. Bei uns läuft und das Ding kann ich sogar ausschalten. Sehr schön. So. Noch ein Anhänger. Ja. Hm. Wunderbar. Hihihi. Oh, ich freue mich. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Ah, schön. Sehr gut. Kein Ausschalten. Das ist toll. So, die müssen wir alle bauen. Auspacken. Andocken. Platz machen. Okay. Platz genug. So, mittelgroße Lager. Ja. Hätte ich, glaube ich, sogar direkt draufdrücken können. Egal. Egal. Geht auch so. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann mal losfahren und gucken, wo uns so der Weg hinführt. Nicht? Ja. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.